Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und das hier lag heute in der Post für uns. Das hier in dieser Verpackung ist das neue Chuwi Surbook. Das ist ein Surface-Klon des chinesischen Herstellers, welcher vor einigen Monaten sehr viel Aufsehen erregt hat, eben aufgrund seiner Ähnlichkeit zum Surface Pro von Microsoft. Und das packen wir heute aus und wir machen uns davon eben einen ersten Eindruck. Hier ist die Verpackung. Es ist in ein sehr dezentes, sehr einfaches Kartonverpackungsmaterial gehüllt. Wie man hier sieht, sehr wenig Details auf allen Seiten, eben nur, dass es ein Gerät von Chuwi ist, samt ein bisschen chinesischem Text. So und hier drin ist das neue Chuwi Surbook verpackt und jetzt heben wir mal einfach die Verpackung auf. Und da ist auch schon das Gerät auch schon entpackt, wie man sieht, wahrscheinlich vom Zoll eben. Und hier ist dieses 12,3 Zoll große Tablet, samt ein bisschen Folie. Und da oben drauf ist eben auch die Folie für das Display. Ich spreche mal kurz über die Spezifikation. Wir haben hier ein 12,3 Zoll großes Display, Metallrückseite, die auch recht hochwertig verarbeitet ist, meiner Meinung nach. Hat auch einen Kickstand wie das Surface Pro von Microsoft, welcher sich aber ein bisschen schwer öffnen lässt. So, jetzt haben wir es. Und hinter dem Kickstand haben wir auch einen Micro-SD-Karten-Slot. Und auf der linken Seite haben wir alle Anschlüsse. Und das sind zwei USB-Typ-A-Anschlüsse, ein USB-Typ-C-Anschluss und ein 3,5 mm Klinkenstecker. Wenn wir das Gerät umdrehen, sehen wir, dass wir da gar nichts haben, außer den Lautsprecher eben. Und ja, grundsätzlich ein doch sehr solide verarbeitetes Gerät. Fühlt sich ganz gut an, vor allem das Metallgehäuse. Aber ich lege das jetzt erstmal zur Seite und wir schauen weiter in die Box, was sich hier drin noch versteckt. Erstmal hier ein kleines Booklet, wo wir einige Hinweise haben, ein bisschen Blabla. Viel chinesischen Text, aber auch eine Garantiekarte, Bedienungsanleitung, alles Mögliche. Und hier sogar auch eine deutsche Bedienungsanleitung für Windows 10. Also ganz hier auf den letzten Seiten haben wir Deutsch, scheint eben nicht der wichtigste Markt zu sein für Chuwi, aber alles nicht so richtig interessant. Noch eine Garantiekarte und alles, was uns eigentlich nicht interessiert. Hier in dieser Verpackung haben wir dann das Ladegerät. Also das Netzteil in dem Fall. Ist ein recht kompaktes Netzteil, wie man hier sieht. Eher klein, ganz leicht, kann man überall hin mitnehmen. Und ein recht langes Kabel. Hier ist auch ein 2-Pin-Stecker, also ganz standardmäßige Anschlüsse, wie man es von ganz vielen Geräten kennt. Erfreulicherweise ist es eben ein USB-Typ-C-Anschluss, sodass wenn der eben kaputt geht, wenn man den verliert, was weiß ich, dann kann man den einfach nachkaufen, denn mittlerweile sind diese Ladekabel auch gar nicht mehr so selten. Und was wir hier noch haben, sind eben die Sticker. Hier ist ein Intel Celeron-Sticker. Interessanterweise sind die eben nicht auf das Gerät draufgeklebt, sondern die sind hier separat drauf, also drin in der Verpackung. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Hier stehen einige Details zum Gerät. Beispielsweise haben wir hier einen 64-Bit-Intel-Prozessor. Das ist genauer gesagt der Intel Celeron N3450. ein Quad-Core und mit einer Taktrate von 1,1 GHz mit Turbo-Boostern auch auf 2,2 GHz. Wird der dann erhöht, ist lüfterlos, das heißt, das Gerät operiert völlig leise im Alltagsbetrieb und das ist auch ziemlich erfreulich. Außerdem gibt es 6 GB Arbeitsspeicher für recht gutes Multitasking. Wie das dann wirklich funktioniert, werden wir dann natürlich auch in unserem Test schreiben und alles näher erklären. Und ein durchaus gutes Set an Spezifikationen, 128 GB an internen EMMC-Speicher gibt es noch oben drauf. Aber jetzt wirklich mal zum Gerät. Es ist ein bisschen schwer, ein bisschen tricky aufzuklappen, muss ich sagen, wegen dem Kickstand. Und jetzt schalten wir das mal an. Es ist oben rechts befindet sich eben der Ein- und Aus-Button und jetzt machen wir auch die Folie ab und haben wir auch gleich den Boot-Screen von Chuwi samt ein bisschen chinesischem Text, den ich leider nicht lesen kann. Ich werde jetzt ganz schnell die Einrichtung durchgehen vom Chuwi Surbook und werde dazwischen auch ein bisschen was zu meinem Eindruck sagen. Auf der Unterseite haben wir hier den Anschluss für die Tastatur. Leider funktioniert eben nicht das Surface Pro Type Cover damit. Das liegt daran, dass Microsoft einen anderen Standard verwendet, einen proprietären Standard, muss man sagen, den die anderen Hersteller eben nicht nutzen können. Deswegen ist auch die Tastatur separat erhältlich und ich habe leider keine. So, jetzt sind wir auch schon bei der Einrichtung. Ich werde das hier ganz schnell durchgehen, auch kein WLAN konfigurieren, einfach damit wir das Gerät erstmal sehen. Ich muss sagen, das Display ist ein solides Display für den Preis, allerdings ist es ein bisschen matt. Wir haben hier ein Display, das ich glaube mit derselben Auflösung auflöst wie das Surface Pro. Das kann ich aber dann nachher in den Einstellungen noch genauer nachsehen. Hier bietet uns auch Cortana ihre Hilfe an. Also das Display ist sehr spiegelnd einerseits. Es ist nicht gerade hell und vor allem ist es aber ein bisschen matt. Die Farbdarstellung ist solide, das muss man sagen. Allerdings ist es einfach ein, ja nicht das beste Display, das ich je gesehen habe beim 12,3 Zoll Tablet, aber bei dem Preis auch durchaus in Ordnung. So und während die Einrichtung des PCs hier abgeschlossen wird, möchte ich noch eine Sache zum Kickstand loswerden. Und das ist auch eigentlich bisher mein einziges Problem mit dem Gerät. Auf der Rückseite hat man nämlich nicht wirklich eine Möglichkeit hier den Kickstand aufzumachen. Und das ist eben das Problem, man hat hier auf den Seiten keine Fläche zum Greifen, sondern eben hier nur auf der Unterseite diese Einkerbung, wo man eben den Kickstand aufmachen kann. Und das ist beispielsweise beim Surface Pro von Microsoft Anders, da hat man auf der rechten Seite eben diese Einkerbung, wo man eben einfach reingreifen kann und den Kickstand aufmacht. Und das ist vor allem dann problematisch, wenn man das Gerät gerade aufgeklappt hat. Und das passiert eben, wenn man eben dieses Typecover, diese Tastatur da angeschlossen hat. Wenn man dann das Notebook eben, also das Tablet in dem Fall aufklappt jetzt, dann kann man eben nicht den Kickstand öffnen, sondern man muss das Gerät aufheben und kann das erst dann machen. Also das ist ein bisschen ein kleiner Fehler, ein Designfehler, finde ich. Wenn man eben das Tablet eben wie ein Notebook verwendet, was ja auch das Prinzip dieser 2-in-1-Geräte ist, dann hat man eben das Problem, dass man es zuerst zuklappen muss. Da muss man eben in die Einkerbung an der Unterseite greifen, den Kickstand öffnen und erst dann hat man eben ein Gerät, das wie ein Notebook funktionieren kann. So viel dazu. Wir schauen uns jetzt auch gleich das Display an. Und wir haben hier ein IPS-Display mit einer Auflösung von 2736 x 1824 Pixeln. 12,3 Zoll groß. IPS-Technologie. Das heißt, wir haben hier wirklich gute Blickwinkel, die bei jedem Betrachtungswinkel eben auch gut aussehen, die Farben. Das ist erfreulich. Die Farbdarstellung ist ein bisschen blass, aber für den Preis wirklich solide. Das muss man schon sagen. Und die Auflösung ist natürlich top. Also das ist dieselbe Auflösung wie beim Surface Pro 2017 von Microsoft. Und das kostet etwa das Doppelte. Das muss man schon sehen, dass das auch sehr ordentlich ist. Grundsätzlich war das eigentlich schon mein erster Eindruck und das Unboxing eben zum Truvy Surbook zu diesem 12,3 Zoll Tablet. Zu diesem wirklich, man muss schon sagen, schamlosen Surface-Klonen. Aber Microsoft hat ja auch diese Gerätekategorie geschaffen, damit eben andere Hersteller es auch kopieren. Und das ist eben im Prinzip das Beste an Surface-Klonen, was eben aus China kommt. Und in den nächsten Wochen wird es bei uns auf Windows-Area.de dann auch einen ausführlichen Test dazu geben, samt einem Video hoffentlich. Und bleibt dran, abonniert den Kanal, lasst uns einen Daumen hoch da, falls euch das Video gefallen hat. Ich danke euch fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.